Besser als Apple und besser als Samsung. Das ist das Vivo X90 Pro Plus und dieses Smartphone gilt es 2023 zu schlagen. Denn inklusive dem bescheuerten Namen hat das Vivo X90 Pro Plus alles, was man sich von einem Flaggschiff derzeit wünschen kann. Spitzenamonet LTPO 4.0 Display mit 120 Hz? Check. Neuster Schnappstrache 8 Gen 2 Prozessor? Check. Ausdauernder Akku mit 1,5 Tagen Laufzeit? Check. 80 Watt Schnellladen? Check. Mega, ultra, super Quad-Kamera mit 1 Zoll Sensor und hundertfachem Zoom zum Mars, um die Marsmännchen zu beobachten? Check. Schnellster Fingerscanner der Welt? Check. Abenteurer Preis? Auch Check. Dieses Handy hat keine Schwächen und legt die Messlatte so hoch, dass sich alle anderen Smartphones mit ihm messen lassen müssen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings doch. Bislang ist das Handy nur in China erhältlich, aber mit einem Global Release ist schon sehr bald zu rechnen. Das wäre krass, denn das Vivo X90 Pro Plus ist...